Richard Lubner starb vor wenigen Wochen im Alter von 91 Jahren. Seine Witwe Simone plant nun das Begräbnis und bekommt Unterstützung von einer der Verflossenen des Baulöwen. Wien Am 12. August starb Richard Lubner im stolzen Alter von 91 Jahren in seiner Villa im Wiener Bezirk Döbling. Neben seinen vier Kindern hinterlässt er auch seine Witwe Simone, 42. Die beiden heirateten nur 72 Tage vor dem Tod des Baulöwen. Kurz nach der Hochzeit muss sie jetzt seine Beerdigung planen. Doch ausgerechnet eine Ex von Richard Lubner steht ihr mit Rat und Tat zur Seite. Richard Lubners Beerdigung steht bevor, auf diese Ex kann Mörtels Witwe jetzt bauen. Insgesamt sechsmal war Mörtel verheiratet. Während seine Ex-Frau Mausi, 59, zuletzt noch gegen Richard Lubners Witwe Simone austeilte, ist das Verhältnis zu anderen entspannter. Insbesondere auf Lydia Kellowitz, 34, Lukners ehemalige Wildsau, kann Simone jetzt zählen. Die ehemalige DSDS-Kandidatin sang schon bei der Trauung von Simone und Richard Lubner. Die Trauerfeier am 31. August wird sie aber nicht gesanglich begleiten. Eigentlich wollte ich etwas singen, aber ich denke, es wird für mich zu emotional werden, dass ich unter Tränen singen würde und da möchte ich die Gäste nicht noch mehr mit Trauer anstecken, erklärt sie jetzt im Gespräch mit heute.at. Außerdem will sie an diesem schweren Tag für die Witwe da sein. Ich bin eine sehr gute Freundin von Simone, betont Lydia. Autokorso geplant, so pompös wird Richard Lubners Beerdigung. Beigesetzt wird Richard Lubner am Grinzinger Friedhof. Zuvor finden im Wiener Stephansdom noch eine Gedenkstunde und die öffentliche Aufbahrung statt, wie PULS24.de berichtet. Die Gästliste ist bislang noch nicht bekannt. In einem Autokorso werden dann die alten Wirkungsstätten Mörtels aufgesucht, wie etwa die Wiener Staatsoper, in der er alljährlich seinen großen Auftritt samt Stargästen beim Opernball hatte oder auch das Einkaufszentrum Lugner City. Hier endet dann der öffentliche Teil. Die Beisetzung am Grinzinger Friedhof findet dann im engsten Familien- und Freundeskreis statt. Die Öffentlichkeit und Medienvertreter sollen auf Bitte der Familie hier ihre Privatsphäre achten. Rund 200 Gäste sind eingeladen und wurden von Richard Lubner noch vor seinem Tod selbst ausgesucht.